Ich grüße euch heute mal nicht Shop-Plaudereien, heute einfach mal Hallo ihr Väter, was macht ihr denn so? An alle Väter hier in dieser Bundesrepublik Deutschland, wo irgendwas irgendwie irgendwo abläuft, nur nicht Vatertag. Ich bin hochgradig irritiert über die gesamte Story, die da so abläuft und ja auch ich enthalte mich dieser Story, weil das nichts bringt. Ich habe gestern noch mit einigen, die an dieser Story hängen, doch ich hängte, ist okay, aber wenn ihr mal drüber nachdenkt, wer überhaupt nicht mehr da zugegen und wer auch da gar nicht mehr spricht. Die Schala haben zum Beispiel Lieder gemacht und man hat sich aufgeregt, macht jetzt Werbung für 1&1, ja irgendwelche, ihr wisst schon, man nimmt das ja schon gar nicht mehr im Mund. Weil wenn man das schon zeigt und wenn man schon darauf hinweist, wo man das alles nachlesen kann, also die Dramaturgie des Ganzen, also das Zuziehen der sogenannten Schlinge erkoren im März 2020 ist jetzt im Mai 2020 aber sowas von zugezogen worden. Wer jetzt nicht wach wird, soll weiterhin schlafen, also schlaft schön weiter und das Ganze macht uns heiter. Also ich war gerade mal wieder da im Netz und habe nachgeschaut, also alles was irgendwie damit zu tun oder ein Verweis, mal schauen wir mal dahin, wird gelöscht, ist klar. Die sogenannte Löschpolizei ist ja überall zugegen. So, und wenn ein Vollhonk, so ein richtiger Vollhonk an irgendeinem Tisch sitzt, in irgendeinem Amt und sich dann ausdenkt, jo, das mache ich jetzt mal, ja dann hängst du da. Ja, ja dann hängst du da in der Schleife und kannst dann zusehen, ja dann kannst du zusehen, auf eine Art kannst du dich ja freuen, auf eine Art kannst du dich ja freuen, weil gehört ja jetzt alles dir. So, die anderen schreien, die anderen hätten gern, aber du bist ja auf der richtigen Seite, kannst du sagen, halt stopp, da hat sich einer was ausgedacht und ja, geht nicht, stimmt nicht, weiß ich nicht. Ja, und dann geht man zum Anwalt und der sagt auch, ja geht nicht, ist nicht, stimmt nicht, ja dann könnt ihr da, ne dann ist das mal so. Ja, jedenfalls sind wir in einer Geschichte gefangen, jeder Einzelne von uns ist in einer Geschichte gefangen, in dem er nicht mehr so wirklich rauskommt, auch nicht wirklich tatsächlich reinkommt und wenn dann die Stars und Sternchen da irgendwelche Sachen machen, sind die natürlich auch nicht mehr zu sehen. Ja, ist so. Also ich sehe sie nicht mehr, ich habe einfach mal geguckt, ich sage jetzt auch die Namen nicht, aber sie sind nicht mehr halt zugegen. So, neue Sachen machen, wo denn, wie denn, warum denn? Neue Sachen machen mit irgendwelchen Ausweisen, die nachweisen, dass man irgendwas vorher nicht, aber jetzt vielleicht doch. So, an dem Tag, wo du dich geimpft, nicht geimpft, wenn ich mal in das Thema eingreifen darf, ja was ist denn dann, irgendwann, hm? Also, das ist ja eine Riesengeschichte, die da abläuft, eine Cybergeschichte, die sogenannte Gehirnwäsche. So, es läuft eine Gehirnwäsche und die läuft gnadenlos und ja, ist schade. So, sollte mal wirklich tatsächlich diese Schandtat ans Tageslicht kommen und sollte wirklich tatsächlich jeder bemerken, dass das wirklich tatsächlich nicht gestimmt hat? Wenn das wirklich tatsächlich das fast dasselbe war, wie 1920 bis 1945, jetzt in dem Modus 2020 bis 2045, dass so 1933, 1935 wieder ein Wahnsinnskrieg stattfindet, nur übernimmt uns dann ein anderer. Ja, rechnet jeder selber aus, wie alt der ist, wie alt der ist, im Jahre 2035. Ja, wie gesagt, einige können jetzt mal ihre Eltern fragen, Großeltern fragen und die sagen euch sicherlich, wie das so war, 1920, 1945. Wir alle wissen ja mittlerweile, war es nach 1945, ergo 1945, schrägstrich 49, da, ne? So, wenn wir im Jahre 2049, nach 100 Jahren dann, dasselbe widerfahren haben, wie 1920, 1945, 2020 bis 2045, ja, dann können wir uns hinsetzen und sagen, wow, vor 100 Jahren irre. So, die Jugendlichen fahren ja gerade auf Cyberspace ab, die Jugendlichen lieben ja die Elektronik, die Jugendlichen lieben das Phone und spielen mit dem Phone und machen mit dem Phone. Sie lieben Computer, sie lieben Kamera, sie machen und sie tun. Wenn das Jahr 2049 dann und dieser ganze Spektakel komplett anders, gibt es zwei Möglichkeiten. Geil, die totale Abhängigkeit dieser Technik oder aber dieser knallharte Schluss, wie damals. Und die Wahnsinns-Analogie kommt wieder. Diese Analogie, wo wir sitzen und wieder Brettspielchen spielen, Skat spielen, Rommi spielen, Monopoly oder was weiß ich auch immer. Von mir aus auch das schwarze Auge, für diejenigen, die gerne da so Brettspielchen gespielt haben. Ich habe also eine Menge jetzt erfahren, ich habe ja jetzt eine Menge erlebt und ich habe ja angekündigt, dass ich wirklich tatsächlich keine Lust mehr habe, irgendwelche Corona-Sequenzen, Corona-Filmchen zu machen. Habe gar kein Interesse darauf. Mich interessiert kein Virus mehr, mich interessiert das alles nicht. Es war aber hochgradig interessant, darin mal verwoben gewesen zu sein. Also wirklich tatsächlich mal in dieser Welt der Medizin verweilt und wirklich alles selbst mitbekommen habe. Ich bin selber in einer Klinik gewesen, selber in einem Krankenzimmer, wo Menschen mit Vollmontur hineingekommen, Blut abgenommen, Tabletten verabreicht und dann beim Rausgehen sich wieder total entkleidet und alles entsorgt. Ladies and Gentlemen, ich sage aus Sicherheitsgründen jetzt nicht alles, sonst wird das Video wieder gesperrt oder gelöscht. Die Wahrheit ist da, die Wahrheit wird ans Tageslicht kommen und werde auch ich, sobald die Wahrheit ans Tageslicht und die Wahrheit da ist, werde auch ich eine Bestrebung anstreben, die sogenannten Täter dingfest zu machen und die Täter hinter Schloss und Riegel und die Täter auch zur Verantwortung zu ziehen. Das ist nicht meine Aufgabe, aber ich werde daran teilhaben, sobald das geschieht. So, das ist meine Ansage, mein Abschied von dem Thema. Ich denke mir jetzt irgendwas Lustiges, Neues aus und ja, ich warte bis die Analogie kommt, aber so alt wäre ich, kann keine 100 Jahre, es wäre totaler Schwachfug. Ja, ich genieße die Zeit, die ich noch habe. Ich genieße die Zeit in der Zeit, die ich noch habe und ja, werde genussvoll in der Zeit, die ich noch habe. Ich will alles genießen, was ich genießen kann und dann, ja, dann ist das ja eh alles Vergangenheit und so. Dann lebt man ja nicht mehr und wenn man nicht mehr lebt, so. Aber man hat ja gelebt, das ist ja das Schöne daran. Man hat also gelebt und man hat an dieser Welt teilgenommen. Man hat an dieser Geschichte teilgenommen, man hat an dem Guten teilgenommen. Leider nimmt man ja jetzt am Schlechten, am Bösen, mit bösen Menschen, mit schlechten Menschen, nimmt man ja an dieser Zeit teil. Ja. Schön ist es nicht, das dürft ihr mir glauben, aber naja, ist halt so. Ihr macht dasselbe ja durch, einige mehr, einige weniger. Und einige sind so dumm, dass sie da mitmachen oder mitgemacht haben, diese sogenannten Mitläufe. Naja, war ja damals genauso und das wird sich wohl nie ändern. Aber es ist ein schönes Beispiel, was unsere Eltern, Großeltern durchgemacht haben und was wir jetzt auf den ihrer Art und Weise nachvollziehen können, was wir, ja, was wir momentan durchmachen. Danke für die Aufmerksamkeit.